Station C und Claire warten wahrscheinlich am Berg auf uns. Fünf Minuten, ihr Paviane. Was war denn das hier mal? Ein altes Krankenhaus vielleicht. Dann sind wir Patienten für die Nacht. Hey, was ist los? Sag doch was. Oh, fuck! Sarah, Daniel, seid ihr? Was? Sag doch! Aaaaaaah! WDR mediagroup GmbH